Kathrine Monroiselle wird um das Jahr 1640 herum in Frankreich geboren. Bereits im Alter von neun Jahren lernt sie die Kunst des Wahrsagens. Bitte lass dein Like da und denk daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Kathrine heiratet Antoine Monroiselle, der Juwelier ist und außerdem mit Seide handelt. Sie bekommt eine Tochter, Marguerite, mit ihm. Doch Antoine geht durch seine Handelsgeschäfte bankrott und das Ehepaar muss sich anschließend alleine auf Kathrines Einkommen verlassen. Sie sagt den Leuten die Zukunft voraus und beherrscht es vor allem gut, aus der Hand zu lesen. Durch ein genaues Studium der Physiognomie von Menschen hat Kathrine es sich angeeignet, viele Dinge aus den Händen und den Gesichtern ihrer Kunden herauszulesen. Sie wird für ihre Fähigkeit sehr bekannt und beginnt, zusätzlich zur Wahrsagerei Liebestränke herzustellen und diese sowie weitere von ihr als magisch bezeichnete Objekte zu verkaufen. Darauf haben ihre Kundinnen sie selbst gebracht, da es sich oft um Frauen handelt, die darauf hoffen, dass ein Mann sich in sie verliebt oder auch, dass eine bestimmte Person stirbt, da sie mit einem Erbe rechnen. Kathrine erklärt ihnen, dass ihre magischen Objekte dabei helfen und sie verdient eine Menge Geld damit. Für ihre Tränke nutzt sie Zutaten wie gemahlene Krötenknochen, Käfer, menschliches Blut sowie den Staub menschlicher Überreste. Ihre Kundschaft stammt überwiegend aus wohlhabenden, gehobenen Kreisen, darunter zum Beispiel die Gräfin Olympia Mancini, die am Königshof verkehrt, die Herzogin von Bouillon, die Gräfin von Gramont und viele weitere. Kathrins Terminplan ist jeden Tag voll. Sie ist sehr darum bemüht, Eindruck zu hinterlassen, um sich und ihre Vorhersagen glaubwürdiger zu machen. Unter anderem lässt sie sich eine Robe aus purpurrotem Samt anfertigen. Wenn sie jemandem die Zukunft vorhersagt, setzt sie sich völlig in Szene und ihre begeisterten Kunden empfehlen sie weiter. Doch bereits im Jahr 1665 kommt ein Zusammenschluss der römisch-katholischen Priester bei ihr vorbei. Sie zweifeln ihre Fähigkeiten an und haben Bedenken, was ihre Praktiken angeht. Doch Kathrin kann die Bedenken der Priester vollständig ausräumen und darf offiziell weiter praktizieren. Während sie tagsüber wahrsagt, veranstaltet sie an den Abenden Violinkonzerte auf ihrem Grundstück, die von der Pariser Adelsgesellschaft besucht werden. Neben ihrem Mann soll Kathrin sechs weitere Liebhaber gehabt haben, den Henker André Gion, den Alchemisten Blesses, den Magier Adam Lesange, sowie zwei Grafen und einen Architekten. Adam Lesange, der Magier, der sich gut damit auskennt, Rituale durchzuführen, gilt als ein Botschafter des Teufels. Er assistiert Kathrin dabei, die Wünsche ihrer Kunden an den Teufel zu übermitteln. Dazu muss der Kunde seinen Wunsch aufschreiben und das Schriftstück wird dann von Adam in einem Ball aus Wachs eingeschlossen. Dieser Ball wird während eines Rituals verbrannt und Adam erklärt den Kunden anschließend, dass der Teufel nun ihre Wünsche gelesen hätte. Allerdings reicht es Adam nicht, nur ein Verhältnis mit Kathrin zu haben. Er versucht, sie zu überzeugen, ihren eigenen Ehemann zu vergiften. Kathrin denkt ernsthaft darüber nach, doch sie entscheidet sich schließlich dagegen. Ihre bekannteste Kundin ist die wohlhabende Madame Montespan. Die 27-Jährige engagiert die gleichaltrige Kathrin im Jahr 1667, um eine schwarze Messe mit ihr zu organisieren. Madame Montespan stammt aus dem Haus Rochechoir, dem ältesten Adelsgeschlecht Frankreichs, und ist deswegen sehr bekannt. Sie gilt zur damaligen Zeit als außerordentliche Schönheit. Madame Montespan möchte die schwarze Messe veranstalten, um die Liebe des Königs, des 29-jährigen Louis XIV. zu gewinnen. Louis XIV. ist bereits seit 25 Jahren König, und zwar seit sein Vater Louis XIII. verstorben ist. Er hat vor seinem Tod verfügt, dass eine Regentschaft bis zur Volljährigkeit seines Sohnes die Entscheidungen übernehmen würde, doch seine Frau, Königin Anne, die aus Spanien stammt, lässt diese Entscheidung kippen. Sie darf danach selbst alle Entscheidungen treffen, bis ihr Sohn, der König, volljährig ist. Louis XIV. ist auch als der Sonnenkönig bekannt. Madame Montespan, die sich nun für Louis XIV. interessiert, ist bereits seit vier Jahren mit ihrem Mann, ist bereits seit vier Jahren mit ihrem Mann, Louis-Henri de Pardarié de Gondrin, der der Markgraf von Montespan ist, verheiratet und hat zwei Kinder von ihm. Doch ihr Plan funktioniert. Im Jahr, nachdem sie die Schwarze Messe abgehalten haben, wird die Madame de Montespan die Mätresse des Königs und sie bekommt in den folgenden Jahren sieben Kinder von ihm, von denen drei überleben. Sie werden von einer Freundin von ihr in einem eigens vom König dafür gekauften Haus aufgezogen. Jedes Mal, wenn sie irgendwelche Probleme in ihrer Beziehung mit dem König hat, engagiert sie Kathrin erneut. Ihr eigener Mann, Louis-Henri, bekommt zunächst nichts davon mit, dass seine Frau ein Verhältnis mit dem König Louis XIV. hat, doch im Jahr 1670 findet er es heraus. Eigentlich war es damals üblich, über solche Verhältnisse zu schweigen, vor allem dann, wenn der Affärenpartner der Frau eine höhere Position als der Ehemann selbst hatte, was ja in diesem Fall, wo es sich um den König persönlich handelte, gegeben war. Doch Louis-Henri tobt vor Wut. Er reist mit einer mit Geweihen dekorierten Kutsche am königlichen Gericht an. Die Geweihe symbolisierten damals das uneheliche Verhältnis seiner Frau. Nach diesem Skandal wird Louis-Henri festgenommen und wenig später ins Exil auf seine Ländereien geschickt. Seine Ehe zu Madame Montespan bleibt trotzdem bestehen, doch Louis-Henri beginnt nun jedes Jahr eine Totenmesse für seine Frau abzuhalten. Diese führt währenddessen unbekümmert ihr Verhältnis mit dem König Louis weiter. Doch ab 1673 wendet König Louis sich zunehmend anderen Frauen zu. Madame Montespan und Katrin führen unzählige weitere schwarze Messen durch, damit sie Louis' Liebe zurückerhält. Oft dient Madame Montespans eigener Körper bei diesen Messen als der Altar. Darauf wird dann eine Schüssel platziert und dann wird ein Baby geopfert, das Katrin über die Schüssel hält und dort ausbluten lässt. Bei diesen schwarzen Messen soll der Satan persönlich angebetet und um Hilfe gebeten werden, was dem damaligen Glauben nach das Menschenopfer erforderlich macht. Madame Montespan ist auch nicht die Einzige, für die Katrin schwarze Messen abhält. Sie führt sie für zahlreiche weitere Kunden durch und jedes Mal opfert sie ein Baby. Im Laufe der Jahre soll Katrin hunderte, wenn nicht sogar tausende Babys geopfert haben. Während Katrin mit vielen anderen Wahrsagerinnen in gutem Kontakt steht, hat sie ein äußerst angespanntes Verhältnis zu Marie Boss, die für ihre zukunftsdeutende Tätigkeit und ihren Handel mit Giften ebenfalls sehr bekannt ist. Die beiden sollen sich regelrecht angefeindet haben. Doch auch Katrin wird für ihren Handel mit Giften immer bekannter. Sie weiß über verschiedene Mittel Bescheid, die sie oft von ihrer Wahrsager-Kollegin Katrin Trianon, die auch eine Apotheke betreibt, bezieht. Sie bereitet unter anderem einen Liebestrank für Madame Montespan zu, den sie dem König verabreicht. Darüber hinaus nutzt sie noch viel gefährlichere Gifte, die sie zum Beispiel schwangeren Frauen injiziert, um ihr Kind abzutreiben. Sie hilft den Frauen auch dabei, die Überreste ihrer abgetriebenen Kinder zu entsorgen, verbrennt sie in ihrem Ofen oder vergräbt sie auf ihrem Grundstück. Trotz des Liebestrangs allerdings hat der König auch weiterhin andere Frauen und Madame Montespan erklärt, dass sie ihn umbringen lassen wird, falls er sie verlassen sollte. Als er 1679 mit Angélique de Fontange zusammenkommt, reicht es Madame Montespan und sie nimmt mal wieder Kontakt mit Katrin auf, die inzwischen von allen La Vosin genannt wird. Vosin ist eine Abkürzung ihres Nachnamens Mont Vosin. Eigentlich heißt es alleine stehend die Nachbarin. Madame Montespan bittet sie um Hilfe dabei, den König Louis XIV. sowie seine neue geliebte Angélique umbringen zu lassen. Die inzwischen 39-jährige Katrin zögert. Es geht immerhin um den König. Doch sie hat zahlreiche Kontakte und willigt schließlich ein. Sie nimmt Kontakt mit drei Personen auf, ihrer 52-jährigen Wahrsager-Kollegin Katrin Trianon, einem Mann namens Bertrand, sowie einem Mann namens Romani, der der Verlobte ihrer Tochter Marguerite ist. Sie erklärt, dass sie Hilfe dabei braucht, den König und seine Geliebte zu vergiften. Katrin Trianon möchte nichts mit der Sache zu tun haben, doch sie kann Katrin Mont Vosin nicht umstimmen, nicht einmal mit einer fensteren Prophezeiung über ihre Zukunft. Alle der Eingeweihten, auch Trianon, machen schließlich dem Plan, eine Petition, also ein Schriftstück beim König einzureichen, das vergiftet ist. Katrin selbst macht sich am 5. März 1679 in Begleitung ihrer Tochter Marguerite mit dem vorbereiteten Schriftstück auf den Weg nach Saint-Germain, wo sich das königliche Gericht befindet. Doch da an diesem Tag bereits zahlreiche andere Personen dort sind, um Petitionen einzureichen, kommt Katrin nicht an die Reihe. Sie gehen zurück nach Hause, doch plötzlich wird sie von München umringt. Es geht mal wieder um ihre Tätigkeit als Wahrsagerin. Bevor sie die Fragen der Mönche beantwortet, kann sie die vergiftete Petition ihrer Tochter weiterreichen, die sie verbrennt, bevor sie gefunden wird. Katrin plant ein Treffen mit den anderen Eingeweihten, um einen neuen Plan für die Ermordung des Königs zu machen. Doch nur sieben Tage nach dem ersten Versuch wird Katrin festgenommen, und zwar als sie gerade die Kirche verlässt. Sie wollte sich unmittelbar danach mit Katrin Trianon treffen, doch die Behörden haben Informationen darüber erhalten, dass in Paris ein ganzes Netzwerk von Wahrsagerinnen existiert, das Gifte an die Bevölkerung vertreibt und diese Gifte auch selbst einsetzt. Nur zwei Monate zuvor sind Marie Boss und Marie Vigoro festgenommen worden. Marie Boss, die ja der gleichen Tätigkeit wie Katrin nachgegangen ist und bereits erhebliche Konflikte mit ihr hatte, hatte auf einer Party ihrer Freundin Marie Vigoro in betrunkenem Zustand damit angegeben, dass sie zahlreichen Adligen zum Teil tödliche Gifte verkauft hat, die diese nutzten, um zum Beispiel ihre Ehepartner und weitere Personen aus dem Weg zu räumen. Die Polizei hatte bereits wegen den zahlreichen Giftmorden Ermittlungen begonnen. Eine Person, die die Darstellung von Marie Boss auf der Party mitbekommen hat, hat sie schließlich angezeigt. Neben Marie Boss werden auch ihre Tochter und ihre beiden Söhne festgenommen. Als die Polizei am Haus der Bosses eintrifft, um sie festzunehmen, befindet sich Marie gerade mit ihrer Tochter und ihren Söhnen im Bett und vergnügt sich mit ihnen. Die ebenfalls festgenommene Marie Vigoro, ebenfalls Wahrsagerin, hatte offenbar selbst Verhältnisse mit allen Mitgliedern der Familie Boss. Marie Boss ist schließlich geständig und nennt der Polizei eine Menge Namen, darunter den von Katrin Monvorset. Da sie ja ein sehr schlechtes Verhältnis zu Katrin hatte, lässt sie vor der Polizei nichts von Katrins Machenschaften aus. Katrins Dienstmädchen sagt, dass ihre Festnahme das Ende einer ganzen Menge Personen sei. Doch Katrin selbst verrät ihre Komplizen nicht. Dass sie gemeinsam mit einer ganzen Gruppe weiteren Personen das Mordkomplott auf den König geplant hatte, ist außer ihnen zu diesem Zeitpunkt noch niemandem bekannt. Es ist ja auch nicht geglückt. Doch ihre Verbündeten, Katrin Trianon, Bertrand, Romani, der Verlobte ihrer Tochter, sowie die Tochter Marguerite selbst, werden ebenfalls kurz darauf von Marie Boss und Marie Vigoro im Zusammenhang mit dem Handel von Giften genannt. Genauso wie sie unter anderem Adam Lessange beschuldigen, schwarze Messen durchgeführt zu haben. Lessange ist der Magier, der ebenfalls ein Verhältnis mit Katrin hatte und für ihre Kunden mit dem Teufel kommunizierte. Alle von ihnen werden wenig später festgenommen. Von ihrer Auftraggeberin, Madame Montsbon, sagt Katrin nichts, genauso wenig wie von ihren anderen, teilweise sehr bekannten Kunden. Doch die Behörden sind sich im Klaren darüber, dass Katrin belastende Informationen über viele bekannte Personen der Adelsgesellschaft hat und deswegen finden ihre Verhöre ohne die üblichen Foltermethoden statt. Man befürchtet, dass ihr sonst der ein oder andere Name herausrutschen könnte. Man versorgt sie sogar mit ausreichend Alkohol, da sie schon seit langem regelmäßig stark getrunken hat und man sie nicht durch Entzug unter Druck setzen möchte. Katrin behauptet, dass sie alle ihre Kunden, die sich für Gifte interessierten, an ihre verfeindete Rivalin, die sie verraten hat, nämlich Marie Boss, weitergeleitet hätte. Doch kurze Zeit später werden sie und Marie Boss gemeinsam befragt und Katrin ändert einige ihrer vorherigen Angaben. Sie räumt ein, einige Personen mit Gift versorgt zu haben und nennt die Namen mehrerer ihrer Kunden. Schließlich gibt sie zu, dass sie auch Kunden hat, die am Königshof verkehren. Doch den Namen von Madame Montsbaum behält sie weiter für sich, genauso wie sie es leugnet, jemals schwarze Messen durchgeführt zu haben. Sie hat berechtigte Angst, dass durch ihre Verbindung mit Madame Montsbaum schließlich herauskommen könnte, dass sie einen Mordanschlag auf den König geplant haben. Darüber hinaus streitet sie konsequent die Vorwürfe ab, dass sie jemals schwangeren Frauen Gifte injiziert hätte, um ihre Kinder abzutreiben. Genauso wenig hätte sie die Überreste der abgetriebenen Kinder in ihrem Ofen verbrannt. Marie Vigoreau, die gemeinsam mit Marie Boss festgenommen wurde, stirbt im Polizeigewahrsamen durch die grausamen Methoden, die bei ihren Verhören angewendet wurden und den Katrin vollständig entgeht. Marie Boss wird kurz nach dem gemeinsamen Verhör mit Katrin im Mai 1679 hingerichtet. Nachdem in den folgenden Monaten immer mehr Informationen über das Netzwerk der Giftmischer ans Licht kommt, erlässt König Louis XIV. im Dezember 1679 den Befehl, alle an diesen Tatenschuldigen Personen hinzurichten. Viele Adelige, die befürchten, dass ihre Namen ebenfalls im Zusammenhang mit Gift genannt werden könnten, verlassen Paris Hals über Kopf. Im Februar 1680 wird Katrin der Prozess gemacht. Sie wird wegen Hexerei zum Tod verurteilt und zwei Tage später auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Fünf Monate nach ihrem Tod legt ihre Tochter Marguerite die ganze Wahrheit offen, nämlich, dass ihre Mutter versucht hatte, den König zu vergiften. Sie nennt alle Komplizen und alle Mitwisser, darunter auch die Madame Montsport und der König erlässt daraufhin den Befehl, dass alle der weiteren Beteiligten lebenslänglich eingekehrt werden. Ein Gerichtsprozess für sie findet nach dem Erlass des Königs nicht mehr statt. Adam Lessange, der aufgrund seiner Verbindung zu Katrin nun ebenfalls lebenslänglich im Kerker sitzt, ist der Erste, der neben dem Gifthandel von Katrin zusätzlich die Säuglinge erwähnt, die als Opfer gebracht wurden. Er behauptet, es seien Hunderte, wenn nicht Tausende gewesen. Dies will zunächst niemand glauben, doch Marguerite, Katrins Tochter, bestätigt Adams wenig später. Die Madame Monsport, die Katrin ja überhaupt erst zu der Tat am König beauftragt hatte, ist die einzige der von Marguerite genannten Personen, die weiteren Ermittlungen und einer Einkerkerung vollständig entgeht. Im Jahr 1681 verursacht die inhaftierte Komplizin Katrin Trianon ihren eigenen Tod. Im gleichen Jahr verstirbt auch die 19-jährige Angélique des Fontanges, für die sich der König von Madame Monsport entfernt hatte, und zwar bei der Geburt ihres ersten Kindes, das sie vom König bekommt. Im Jahr 1691 stirbt Madame Monsports Ehemann Louis-Henri, der sie ja bereits vor Jahren für sich für tot erklärt hatte. Auch das Interesse des Königs Louis an ihr ist mittlerweile gänzlich erloschen. Er vergnügt sich nun mit ihrer eigenen Schwester Gabrielle. Madame Monsport lebt für einige Jahre in einem Kloster und sieht dann im Jahr 1700 im Alter von 60 Jahren auf ein Chateau im Westen Frankreichs, wo sie sieben Jahre später verstirbt. König Louis XIV verstirbt 1715 im Alter von 76 Jahren. Es wird angenommen, dass mindestens 1000 Erwachsene durch Gifte, die Catherine Morvorsay hergestellt und verkauft hat, gestorben sind. Darüber hinaus soll sie die Überreste von etwa 2500 Babys, die ihren Ritualen zum Opfer gefallen sind, in ihrem Garten vergraben haben. Woher sie diese ganzen Kinder allerdings hatte, bleibt weitestgehend unklar. Hat sie nicht nur Abtreibungen vorgenommen, sondern auch die Neugeborenen von Frauen übernommen, die uneheliche Kinder hatten? Bei der hohen Anzahl an Opfern ist es ja eigentlich unmöglich, dass die Mütter der Kinder alle nichts davon mitbekommen haben sollen, selbst wenn sie die Kinder in Kathrins Obhut gelassen haben? Oder hatten sie etwa von vornherein gewusst, was mit ihnen geschehen wird? Wenn sie tatsächlich mehrere tausend Opfer hatte, ist es ein Wunder, dass sie nicht schon früher gemeldet wurde oder den Behörden aufgefallen ist. Lasst mir wie immer gerne einen Kommentar unten, was ihr von dem Fall haltet. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, dann kann es von mehr Leuten gesehen werden. Und aktiviert auch noch schnell die Glocke, dann werden euch meine neuen Videos meist vorgeschlagen. Falls ihr Lust auf noch mehr Kriminalfälle habt, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanal Mitgliedschaft nach. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis gleich. .